Willkommen zu einem neuen E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 19. Juli und wir liefern Ihnen die folgenden News und Highlights der Elektromobilität. Ford F-150 Lightning wird billiger, Genesis benennt deutsche Partner, Webasto und Danfoss elektrifizieren Riesenbohrer, Elektrofähre für Norderney und neue HPC-Ladeparks von Fastnet. Ford senkt die Preise für seinen F-150 Lightning in den USA massiv. Je nach Variante kostet der Pick-up nun bis zu 10.000 Dollar weniger. Der neue Basispreis für den F-150 Lightning liegt bei knapp 50.000 US-Dollar. Das sind umgerechnet rund 44.500 Euro. Ford begründet die Reduzierung der Preise mit Skaleneffekten, durch die Produktionssteigerung und mit gesunkenen Rohstoffkosten für die Batterien. Kunden sollen ihren Pick-up zu einem Tarif erhalten, der näher am ursprünglichen Lightning-Preis liegt, wie es Ford ausdrückt. Tatsächlich hatte der Autobauer die Preise des F-150 Lightning vor knapp einem Jahr um bis zu 8.500 Dollar erhöht. Diese Schraube dreht das Unternehmen nun zurück. Die vergünstigten Modelle sollen ab Oktober an Kunden ausgeliefert werden. Die Preissenkungen gestalten sich je Variante unterschiedlich. Zu beachten gilt es, dass in den USA grundsätzlich Nettopreise angegeben werden. Am größten fällt die Reduktion beim Einstiegsmodell Pro aus, das von knapp 60.000 auf besagte knapp 50.000 fällt, eine Differenz von rund 10.000 Dollar. Der XLT Standard Range und der XLT Extended Range werden grob um etwa 9.000 Dollar günstiger und sind künftig ab rund 55.000 bzw. 70.000 Dollar zu haben. Top-Modell bleibt der Platinum Extended Range, der nun mit knapp 92.000 Dollar und somit 6.000 Dollar günstiger in der Liste steht. Ford unterstreicht übrigens, dass sein Fahrzeugwerk in Michigan aktuell geschlossen sei, um die Modernisierung der Fabrik abzuschließen und die jährliche Produktionsrate auf 150.000 Elektro-Pickups zu verdreifachen. Die Preissenkungen kombiniert Ford in den USA übrigens mit einer nationalen Sommeraktion, wonach noch im Juli auf einige Modelle ein Bonus von 1.000 Dollar gewährt wird. Außerdem sind ein Teil der Varianten für die US-Steuergutschriften in Höhe von bis zu 7.500 US-Dollar qualifiziert. Genesis baut in Deutschland ein Netz spezialisierter Partnerbetriebe auf, in Ergänzung zu den bereits bestehenden Genesis Studios. Die Nobelmarke von Hyundai hat die Verträge mit den ersten sieben deutschen Partnern nun unterzeichnet. Anfang 2024 sollen diese ihre Arbeit aufnehmen. Die auserwählten Genesis-Partnerbetriebe sind die Auer-Gruppe in Ravensburg und am Bodensee sowie das Autohaus Günther in Berlin, Frankfurt und Hamburg. Hinzu kommen die Feser-Graf-Gruppe in Nürnberg, Graf-Hadenberg in Karlsruhe, Jacobs Sportscars in Köln, Mobilforum Dynamic in Dresden und Leipzig sowie Thiemeyer in Düsseldorf sowie dem Ruhrgebiet. Diese Autohäuser bzw. Händlergruppen sollen als zusätzliche Anlaufstellen für Interessenten fungieren und zusätzlich zu den von Genesis selbstbetriebenen Studios etabliert werden. So will die Premium-Marke Wachstum, Vertriebs- und Serviceaktivitäten stärken. Genesis bietet in Deutschland unter anderem drei reinelektrische Modelle an. Die SUV-Modelle GV60 und Electrified GV70 sowie die Limousine Electrified G80. Ab 2025 kommen alle neuen Genesis-Modelle rein elektrisch auf den Markt. WBASTO hat gemeinsam mit Danfoss Editron erstmals einen Riesenbohrer des niederländischen Herstellers Diseko elektrifiziert. Die Maschine namens Voltman 90DRE wiegt 90 Tonnen und kann durch Bohren oder Rammen Pfähle von bis zu 36 Metern Länge in den Boden einbringen. In dem Riesenbohrer kommen ein Antriebssystem von Danfoss Editron und 36 Batterie-Packs von WBASTO mit einer Kapazität von jeweils 35 Kilowattstunden zum Einsatz. Sechs davon sind fest auf der Maschine verbaut und liefern den Strom für einen kleinen Antriebsmotor, der die Maschine kurze Distanzen auf der Baustelle fahren lässt. Die weiteren 30 Batterie-Pakete sind abnehmbar und sorgen für die Power beim Bohren oder Rammen. Als Leistung des Riesenbohrers gibt die Diseko 613 Kilowatt an. Die Anzahl der Batterien ist so konzipiert, dass der Strom für einen durchschnittlichen Arbeitstag auf der Baustelle von etwa 8 bis 10 Stunden ausreicht. Über Nacht können die Packs mit bis zu 90 kW für den Einsatz am nächsten Tag geladen werden. Das Konzept mit größtenteils abnehmbaren Batterie-Packs soll den Maschinentransport von einer Baustelle zunächst erleichtern und ermöglicht den Austausch leerer gegen geladene Akkus. Mit fast 15 Tonnen bilden die Batterien zudem das notwendige Gegengewicht zu den Werkzeugen. Insgesamt kommen die 36 Speicherpakete von WBASTO auf einen kumulierten Energiegehalt von 1,2 Megawattstunden. WBASTO betont, dass es sich um äußerst robuste Exemplare handelt und die Packs zusätzlich durch eine Extra-Box geschützt sind. Zum Einsatz kommt in dem Diseko-Bohrer zudem ein zentrales Batterie- und Thermomanagement aus dem WBASTO-Sortiment. Der Münchner Zulieferer sieht in der Elektrifizierung von Baustellenfahrzeugen einen stark wachsenden Markt. Das Voltman-Gerät in der Gewichtsklasse von 90 Tonnen ist der erste Tiefbohrer, den die Diseko, Danfoss Editron und WBASTO zusammen elektrifiziert haben. Weitere Maschinen sind in Planung. Rein elektrisch nach Norderney? Das wird bald möglich sein. Jedenfalls plant die AG-Reederei Norden Frisia eine CO2-freie Fährverbindung auf die Nordseeinsel. Am polnischen Standort der niederländischen Damen Shipyards Group ist nun die entsprechende Kiel-Legung des ersten reinelektrischen Katamarans unter deutscher Flagge erfolgt. Der rund 32 Meter lange E-Cat wird ab voraussichtlich Juni 2024 zwischen Norddeich und Norderney pendeln und kann dabei bis zu 150 Fahrgäste befördern. So steht es in einer Mitteilung der Reederei. Für den Antrieb werden zwei über Elektromotoren angetriebene Propeller mit je 600 kW Leistung und zwei elektrische Bugstrahlruder mit je 75 kW genutzt. Das bis zu 19 Knoten schnelle Schiff ist nach Vorgaben der Reederei Norden Frisia speziell für den Einsatz im ostfriesischen Wattenmeer konzipiert. So hat der Aluminiumrumpf einen Tiefgang von nur 1,20 Meter, um die Insel auch bei Niedrigwasser zu erreichen. So soll die Fahrzeit zwischen Norddeich und Norderney auf 30 Minuten fast halbiert werden. In Norddeich wieder angekommen, werden die Batterien der Fähre in rund 28 Minuten vollgeladen. Anschließend kann das Schiff seine nächste Fahrt zur Insel starten. In der Hauptsaison soll der elektrische Katamaran auf diese Weise bis zu achtmal am Tag die Insel Norderney ansteuern. Die Touristen wird sicher erfreuen. Fastnet hat in Graubünden seinen dritten und vierten Schnellladestandort in der Schweiz eröffnet. Die neuen Standorte Apfelwur Nord und Apfelwur Süd mit je vier Schnellladepunkten sind Teil von insgesamt 20 neuen Ladeparks. Die entsprechende Ausschreibung des Bundesamts für Straßen hatte Fastnet im Jahr 2019 gewonnen. Vier Standorte, zwei westlich von Zürich, zwei nördlich von Kur, sind nun in Betrieb. Drei der noch 16 ausstehenden Standorte sind derzeit im Bau. Apfelwur Nord und Apfelwur Süd sind für Fastnet eher kleinere Standorte. Dort gibt es insgesamt jeweils nur vier barrierefreie Schnellladepunkte. Die hohe Schneelast in der Region erfordert ein anderes Design und spezielle Baumaterialien. So gibt es ein neues Glasdach, das zwar keine Solaranlage besitzt, aber Schnee, Sonne und andere Witterungseinflüsse abhält und die Station bei Nacht beleuchtet. Derweil hat Fastnet erstmals auch eine Ausschreibung der dänischen Straßenbehörde zum Bau von drei Schnellladeparks gewonnen. Der Auftrag markiert den Beginn der Aktivitäten von Fastnet in Dänemark und in Skandinavien insgesamt. Die drei Fastnet-Ladeparks in Dänemark werden insgesamt 24 Ladesäulen mit je 400 kW Leistung bieten. An zwei Standorten sind jeweils vier solcher Säulen geplant. Sie sollen Ende 2023 in Betrieb gehen. Der dritte Standort erhält 16 Säulen und soll Ende August 2024 betriebsbereit sein. Alle drei Ladeparks liegen auf den dänischen Inseln an der wichtigen europäischen Reiseroute zwischen Deutschland und Schweden. Das war unser E-Mobility-Update zur Wochenmitte. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen. Das war unser E-Mobility-Update.